Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Left 4 Dead 2 wieder mit Kalypso und dem lieben Luzi, der mir eine aufgegeben hat. Dickel, du Arschloch. Ey, ich habe Damage bekommen. Ja, verdient. Natürlich kriegen wir Damage. Oh, Bastard hier. Hallo. Daneben. Was ist das für Ausdrücker? Ah, Tür auf, Tür auf. So, auf. Das ist eine ganz normale, sinnliche Beleidigung. Auf die Fresse. Siehst du, er ist nicht schlimmer. Da kommen sie. Oha. Komm her, komm sie. Bam, Baseball-Player. Au, du hast dich auch geschossen. Watt warst du noch mal an unserer Mission? Äh, Zombies will noch eine ewige Brücke einnehmen. Aua, Aua. Ups. Ach so, schieß doch nicht auf mich. Zack, der abgeht immer halt. Ja, der hat auch mich geschossen schon wieder. Video direkt nicht mehr werbefreundlich. Das ist ebenso nicht. Die Video ist nicht mehr werbefreundlich. Ja, wenn das hier werbefreundlich ist, wäre ich auch nicht. Ja, wenn das werbefreundlich ist, dann wäre ich doch den Stamm. Oha. Oh, scheiß. Bei mir, bei mir, bei mir. Nein! Wo ist Chargy? Oh, fuck it. Ey, wie viele sind das denn schon wieder? Ja! Ja! Kannst du noch zurück? Nee, passt schon. So. Wir müssen weiter... Äh, wir müssen glaube ich... ...über den... ...die Richtung. Bus, nee. Dann die Richtung. Ach hier, die Lagerhalle natürlich. Mann weiß es ja, immer in die Lagerhalle. Warum machst du pscht? Weil hier irgendwas dicket war. Puma. Puma. Oh, scheiße. Oh, hier steht noch einer. Warte, warte, warte. Komm mal hier, da. Oh la. Punt-Munition, ey. Oh shit. Boah! 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 Der war hart. Bra-Munition, bra-Munition. Nicht auf das Auto. Chucky! Oh mein Gott. Hartlich! Was ist das hier? Ah. Oh! Oh, ne Pumpgun. Nice. Bin heute auf ne Pumpgun-Trippe, ey. Das war das Auto mit dem... Hier. Oh ho 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 ho. Wir haben provoziert. Wie viel ist mit der Pumpgun drauf? Mega Glück gehabt, ey. Dann würd ich mal sagen... Hier ist ne Granate. Wo? Ach Rohrbombomben ist auch... Hier ist das Glück auf meiner Seite. Ich geh in der Rohrbaufel. Waffen! Waffen! So, hier lang, ne. Waffel. Oh, jetzt ne Waffel. Oh, jetzt so ne Proteinwaffel, Alter. Oh oh. Tank! Oh. Der brennt, Mann! Ich hoffe, der kommt hier nicht rein, Franchis. Franchis wahrscheinlich, oder? Wo ist er? Und? Franchis? Er kommt runter, er kommt runter! Oh! Oh, die kann man süßen machen, nice! Oh, leck mich doch am Sack! Ich bin gleich tot! Verbinde dich doch einfach! Ich habe einfach keinen... Ah! Ah! Erwischen! Hilfe! Ist das schlimm? Danke, Franchis! Franchis? Franchis, Alter, so geil! Franchise! Sag mal, willst du mich verarschen? Schieß nicht auf mich! Oh, was geht hier ab, ey? Weiß nicht! Ich glaube, mich hat's ziemlich übel erwischt! Waffen! So, ich weck's mal jetzt wieder, Waffen! Was gibt's hier Schönes? Oh, der hat ja voll zerfetzt, Alter! Oh! Oh, kacke, Mann! Yo, hier brennt alles! Ich check gar nichts mehr! Schieß einfach nur! Die brennen ja, ich muss doch nicht schießen! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Da war es mir ja gleich! Jockey! Jockey, Kali, hinter dir! Oh, ich... Wo bin ich? Ne, fress mal! Wie mache ich aber dieses Licht aus? F? Die Lunte brennt! Okay! Die Lunte brennt! Die Lunte! Oh, Mann! Das war nicht clever! Ne! So geil, ey! Wie alle umfallen! Oh, geil! Hört mich! Hört mich! Oh, wir kommen! Okay, ich glaube, der ist down! Sehr schön! Ich bin mal wieder gleich tot! Ey, ich bin auch bald soweit! Jockey! Oh, Schitte! Oh, Schitte! Oh, Schitte! Ich hab keine Money mehr! Hier ist so ein, äh... Da vorne ist die Witch! Wo ist die Bitch? Also... Da! Okay, Kleines! Fuck me, Alter! Ey, nicht auf mich! Nein, nein! Nimm doch auf mich! Ah! Oh mein Gott! Ich halt mich mal zurück! Ich kann nichts machen! Schöne mal, wenn brennt er erstmal ne Runde! Digga! Du hast mich eingesperrt! Du bist einfach zurückgegangen! Du hast mich einfach hier eingesperrt! Wow! Was denn für... Wow, ey! Schöne doch mal! Überlegst du mir gleich anders! Oh, danke Schatz! Das war echt nett! Komm her, komm! Gib Kuss! Gib Kuss! Pst! Pst! Die Schirme dreht sich hoch! Ah, ich bin tot! Der Blick von dem Charakter, ey! Ist göttlich! Äh! Smoke, halt die Fresse! Das sähe er am wenigsten lieb, aber was soll der Meisten aus? Ah! Shit! Wow! Ähm! Hä? Ich check gar nichts mehr! Du siehst ja allein im Raum, was noch nicht mobiliert ist! Wow! Shit! Wahrscheinlich mobiliert! Möbliert! Möbliert? Die Apokalypse zahlt sich voll aus! Wow! Ja! Es gibt nichts besseres, als in der Apokalypse-Kopier-Piz umsonst zu kriegen! Ja, doch für Feuer! Ah! Ah! Oh! Da war Medikid Shit! Wo? Na schon zu spät, ey! Schon weggegeiert worden! Ja, hallo! Ich hab kein Redner! Die gute Javid waren! Ehrlich! Weggegeiert! Ja, ich bin fast tot! Aha! Hier ist was! Ja, ich bin auch fast dead! Molly! Benzin-Kanister ist da noch! Neh mal Benzin-Kanister mit! Wo müssen wir denn hin jetzt schon wieder? Ich hab echt Probleme mit der Wegfindung! Über den Truck habe ich doch gerade gesagt! Über den Truck? Mein Charakter! Ja! Über den Truck! Ah! Hab ich nicht zugehört, du! Hast du überhaupt zu? Ne, bei dir nicht! Und jetzt? Irgendwann fliegt über meinen Kopf gerade! Oh! Und die Benzin-Kanister gleich! Wohin damit? Du weißt, dass ich es nicht gemacht habe! Oh! 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 Sauber! Oh! Endlich kann ich mich mal hier gehen ey! Kniescheibe reinziehen die wieder! Hier! So! Oh! Ellbogen einregen! So! Jetzt geht es weiter! Dann laufen wir die ganze Zeit so verkrüppelt! Und ihr auch bis zum Start hier! Oh! Oh ja! Da sehe ich nich! So! Da sehe ich mich doch ganz gut! Oh! Oh oh! Seid ihr in meiner Nähe? Hier sind auch noch Dings. Keiner hört mir zu. Seid ihr bereit? Ich mache einen Generator an. Ja, mach mal du. Uno, Momentos, bitte. Moment, ich muss erst heilen. Ja, Moment, Moment. Ich bin bereit. Warte. Warte, da kann man gar nicht durchschießen durch den Zaun. Das ist ja scheiße. Da haben wir eben so. Das ist echt ein bisschen blöd. Die haben hier wohl eine Zeit lang gearbeitet. Ein geiler Truck. Der Lipp kann jetzt runter mit dem Generator neu. So, können wir? Ich verteile gerade so ein bisschen. Aber sofort. Wenn du nicht alles auf einem Haufen hast. Ja, das geht eh alles schief. Ach, da irgendwann doch. Ah, wir werden ebenso alle sterben. Ja, das macht es nicht Sinn. Also, let's go, Yidou. Alles klar, ich mache Generator an. Geil. Kommt die auch zu mir eigentlich? Oh, mega hell auf einmal. Billig. Scheiße, ist mir das Klo. What? Hilfe, Naht. Hilfe, Naht. Hilfe, Naht. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Der spawnt hinter mir. Jesus. Komm mal. Der spawnt einfach nur hinter mir. Wie lächerlich. Oh mein Gott. Fucking hell. Oh mein Gott, das war echt lächerlich gerade. Sorry, aber das ist echt... Geh mir ein bisschen die Worte. Geht weg, bitte. Ich habe nur ein Leben. Ja, brauchst du ein Medikit? Ja, natürlich. Ja, komm mal her. Ich kann es mir denn jetzt geben. Geil. Oh yeah. Oh ja, geil. All right, man. Bitteschön. Vielen Dank, wie du mir. Aber das war echt maximal lächerlich gerade, ey. Schon. Ich bin am Geschützen, aber am Ende steht da hinter mir. Äh, wow, Charter. Leute, er wischte mich. Down. Weg da. John, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, aber ich versuche mich gerade zu konzentrieren. Ich merke es, ich merke es. Du bist richtig konzentriert gerade. Ah, da. Wo? Guck mal nicht, guck mal nicht. Guck mal nicht. Hahaha. Wenn wir in der AK sind, ne? Finde nicht, sag Bescheid, ey. Ja. Kannst du mich mal irgendwo hier hinsetzen? Ich müsste da kurz AK. Ach, schau. Was, wirklich, Alter? Ich möchte jetzt gerade alle Zombies da sind. Das ist ein typischer Zeitpunkt. Da kann ich ja nix für. Oh mein Gott, ich bin dead. Warum? Okay, ich hab jetzt ja verletzt. Oh, da kommt ein, äh, Ohrntang. Nee, nee, nee. Friss das, du stinkendes Stück Scheiße. Schocki, lass den Schocki. Ja, also alles werden die mich jetzt auch nicht kümmern. Oh, er geht in die Flammen rein, die Sau. Alter. Wie viel frisst der denn? Okay, es dauert. Okay, nice. Ich auch aber gleich, ne? Ja. Oh. Alter. Nein, halt mich, Schocki, halt mich. Scheiße, das übernehmen wir nicht, ey. Nein, Schocki. Oh nein, Schocki. Nein, da ist es, Scheiße, Scheiße. Ist gar nie wieder da. Nein. Oh mein Gott, Alter, wir werden so verrecken. Okay. Der Truck ist nicht unten. Ich hab noch andere Niemenspritze hier. Okay. Nee, schon wieder. Alles gut hier? Oh, ich bin da aus, Scheiße. Oh mein Gott. Wir bauen unbedingt Kali, Mann. Alter. Boah. Hast du noch irgendwas Medic-mäßiges? Nee. Doch, hier ist noch Spritze. Oh, geil, spritz mir die rein, Alter. Kali braucht Hilfe, Mann. Oh, ich bin da aus. Oh, ich bin da aus. Alter, wie sieht der da gar nicht mehr aus? Nein, der Generator ist aus. Wieso ist der Generator aus? Weiß ich nicht. Sind wir durch? Wir müssen den Generator wieder anmachen. Scheiße. Lade nach hier. Boah, Alter, was ein Stress hier, ne? Sie wieder an. Es hört dich mehr auf. Oh mein Gott, ich sterbe. Scheiße. Was? Wo bist du? Ich bin der Hände. Nein. Ich komme, ich komme, ich hab dich. 150, 120, 100. Oh, Glück gehabt. Vielen Dank. Für die Nelche. Oh, wir müssen jetzt... Oh, Tag. Oh nein, bitte nicht. Wo? Scheiße, Jockeys, Alter. Die nerven echt hart. Aber der geht voll ins Feuer. Der ist so doof, ne? Oh, oh, scheiße. Weg hier, weg hier. Nicht auf mich, bitte nicht auf mich. Stirb doch einfach. Stirb. Oh, ist tot. Ist tot. Ah, der LKW ist gleich unten. Ach, wir warten auf dem LKW. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Einsteig, einsteig, einsteig. Ach, mach schnell. Ah, ich hab kein Bock mehr. Ich bin drin. Wuh. Oh Gott. Geil. Rieses. Oh Gott, die hat das jetzt alles nicht mitbekommen. So, dann bin ich wieder. Habt ihr es geschafft? Was denn? Hast du noch weit aufgenommen? Ja, ja, klar. Ach so, du hast... Übelst Stress ist, sie kommt da gechillt wieder. Ja, ich musste voll dringend aufs Klo. Was soll ich machen? Ey, wir waren voll am eskalieren, ey. Richtig, aber... Alter, Vater, ey. Mach mal weiter hier. Also, ich hatte das Headset noch auf. Ich hab's gehört alles. Ach so. Richtig am eskalieren. Hauptsache, Kali hat jetzt einfach auch da, wo wir einfach voll am eskalieren sind. Und sie ist einfach so, ja, ich bin auf eine Nette. Warte mal, lerne das hier, du. Das haben wir schon. Jesus. Die Gassen. Aber wir jetzt, äh, kurz noch einen Kraft machen, oder? Ja, können wir machen, klar. Oh, okay. Dann machen wir jetzt hier an der Stelle mal ein Folgenpäuschen, ne? Ja. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja Bescheid. Liken, abonnieren, kommentieren, teilen. Was weiß ich, was ihr machen könnt, alles noch auf YouTube. Und ich entschuldige mich damit, dass ich auf Klo war. Ah, alles klar. Ey, Lutzi war fast verrecht, nur weil du nicht da warst. Ja. Wir sind so sorry. Wir waren fast alle am verrecken. Francis war fast tot, ich war fast tot, Lutzi war fast tot, also. Gut. Ja, gut. Also, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, kommt am nächsten Mal wieder weiter bei uns. Mal gucken, wie es dann auch ausgeht. Vielleicht muss dann ich mal auf Toilette, oder Lutzi auf Toilette. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hautsterin. Ciao. Tschüss. Tschüss.